Mein Lieblingsspiel ist Mensch, ärrere dich nicht. Es ist ein Spiel, bei dem man sehr gut lernen kann zu verlieren. Und in diesem Spiel besteht ein Zugzwang. Das heißt, man kann nicht an einer Position stehen bleiben, sondern man muss aus der Startposition her sich bewegen. Und man muss das Startfeld verlassen. Genauso wie das bei der Digitalisierung auch ist. Außerdem kann man dieses Spiel in zahlreichen Varianten spielen. Genauso wie das auch in zahlreichen Varianten an den Hochschulen gemacht werden kann. Und es ist sehr populär. Es verkauft sich auch sehr gut. Auch die Digitalisierung heutzutage kommt schon sehr gut an. Es ist an vielen Hochschulen angekommen.